Grüß euch, ich bin der Christian Ramsiner vom LASK und ich besuche heute in Wienz-Griechmeier auf dem Hof, wo er aufgewachsen ist und schaue mal an, wo er sich Energie tankt. Servus, grüß euch, da ist der Wienz-Griechmeier von der energieige Sportfamilie und ich zeige heute in Ramsi, wo ich her bin, wie es am Hof zugeht und wo ich mir Energie tankt. Wir waren eben in Kitzbühel und wir sind halt wandern gegangen auf der Streife und ich habe dann gesagt zu meiner Freundin, das kann nicht einer Ernst sein, dass sie wieder runterjahren, wenn das alles noch gefahren ist und Pickel hart. Es freut mich, dass du sagst, dass wir gestört sind. Ja, man muss eh ein bisschen gestört sein, aber wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen, so wie du mit dem Fußball aufgewachsen bist. Und wenn man schon langsam reinkommt, ja, dann wird man es ein bisschen gewöhnt. Wenn du zu vorne mitfahren willst, dann muss man das schon ein bisschen ausblenden können und vorher riskieren. Welche Position möchtest du denn spielen, wenn du zu Futter spielst? Ja, am liebsten bin ich auf der Bank dann. Schon? Nein. Also wenn wir kicken, dann haue ich die Chancen nicht rein, also Stürmer war ich keiner. Okay, so Innenverteidiger wie ich. Aber vielleicht irgendein Sechser oder sowas. Okay. Zu zerstören ein bisschen. Also daheim ist es am schönsten. Ich bin auch selten daheim und wenn ich daheim bin, genieße ich es umso mehr. Und ja, absolut, Energie tanken tut mir daheim am besten. Ich freue mich, wenn ich daheim komme und da mir einen Apfelstuhl gemacht habe. Also sowas gibt Schönes. Ja, das stimmt. Wir haben Charolais. Das ist ein Fleischrinder, französische. Stückzahl weiß ich nicht, das kann ich nur schätzen, weil wie gesagt, das kann ich natürlich nicht am Hof. Ich bin nur der Knecht. Aber wenn du daheim kommst, packst du schon wieder an? Wenn ich heimkomme und mein Konditionstraining ist zulass, dann helfe ich gerne mit. Dann gebe ich mir die Arbeiten, was zum Anpacken ist. Wie gesagt, dann muss ich als Knecht ein bisschen aushelfen. Dann muss man auch mal Brat und Wasser daheim verdienen. Und ja, also zwischen 60 und 70 Stück für ich glaube ich. Alles zusammen. Das ist aber ein Gaudi und ja, wie wir schon vorher geredet haben. Das ist, da tank ich Energie. Hey, danke für die Einladung und für die Vorstunde. Und wenn du mal Zeitraust und im Land bist, dann komm vorbei bei uns beim LASK. Ja, ich kann mich gerne zuschauen. Perfekt. Alles Gute, gell? Danke euch auch. Danke schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020